hallo ist martin von money monkeys das ist die dachsanalyse für mittwoch den 28 august 2024 und ja unser dachs steht auf start steht auf der startlinie um hier richtigen ausdruck reinzugehen aber ja alles ein bisschen ruhig und träger ich kann mich eigentlich nur wiederholen ja wir können das von gestern wieder aufgreifen die analyse auch vom vortag weiter bestehen lassen wir haben gestern primär uns darüber unterhalten dass ja nur weil der so langsam ist da jetzt erst mal wie haben wir gesagt keine abbruchbedingungen erfolgt ist und er deswegen auch einfach dann weitermachen kann einfach weitermachen kann mit den zielen die er eben zum montag nicht geschafft hatte die dann da lagen bei 700 76 700 haben wir gesagt und darüber hinaus dann eben auch weiter bis 87 800 und hier können wir jetzt uns wirklich nur hinstellen und sagen ja er hat das jetzt erreicht er hat unten nichts ansatzweise nichts gemacht was irgendwie dafür hätte aussehen können dass er nach unten raus will also durchgängig den tag auch über dem vortag ist schluss gehalten positiv zu werden und er hat die abwärts rennen angerissen jetzt den dritten kontakt hier auf der letztmöglichen abwärts trendlinie gesetzt einmal schon mal durchgestochen wird somit ein interessanter mittwoch definitiv insbesondere weil ja das umfeld noch immer ein bisschen wackelig ist das muss man schon so sagen also auch die indizes auf us-seite kriegen da immer mal ganz schön stark seite ich wird zum mittwoch grundsätzlich die positiven tendenz tendenz beibehalten wenn uns über das 700 bleibt ich möchte über das 700 sehen und wäre jetzt natürlich mit so einem halben doji ist es ich sag mal wirklich ein halbes doji auch wenn es jetzt fachlich nicht ganz richtig das haben ich würde mich mit der kerze als dritter kontakt oben auf der channelkante auf der abwärts trendlinie hier aber jetzt ein bisschen vorsichtlicher stimmen wenn der unter den dienstag drunter fällt also da guckt man genau hin wenn wenn er wieder ein bisschen wackelig vielleicht reinkommt vielleicht unter 650 sogar startet wird ich glaube ich ihm erst mal unten ein bisschen raum geben um zu spielen ja weil ich sag mal auf so eine tages kerze an so einer wichtigen stelle mit so einem schönen schatten obendran kann auch mal schnell umkehr kommen aber die muss eben auch durch signal unten eingeleitet werden und dafür müsste mindestens mal die 650 630 unterboten werden und dann könnte sich noch mal eine 550 aktivieren ja und wahrscheinlich passiert dann auch gar nicht viel mehr zum mittwoch aber wenn er das halt zum mittwoch macht jetzt aus der situation roten mittwoch stellen mit ziel 5 75 55 könnte man davon ausgehen dass er dann donnerstag unter der 55 richtung 54 tritt und das gäbe zu macht ja also daher ein bisschen aufmerksam sein wenn unter der 650 wegsegelt ansonsten so wie die letzten tage wenn er über die 700 hier drüber kreift er hat nach oben raus vollen raum und fahrt und eines darf man hier nicht vergessen wir sind hier auf auch mit der linie schon auf ausbruchen ausbruchs niveaus ja also unser dax kann hier einen technischen ausbruch stellen ein technischer ausbruch erfolgt in der regel dynamisch unter hohem volumen das sehen wir momentan gar nicht das heißt aber nicht dass das nicht noch kommen kann wenn ihr also im dax plötzlich im tagesverlauf schnelle grüne kerzen seht hütet euch davor aus erschrockenem instinkt verhalten heraus einfach dagegen zu hauen das kann an solchen stellen richtig wehtun weil der sich dann lang stecken kann ja wir können ja noch mal durchgehen wir haben die ziele bei 87 800 wir haben ziele bei 18 8 92 dem alten allzeithoch sowas wäre dann auch an einem mittwoch ohne probleme möglich wenn er in die ausbruchsstimmung reinkommt das muss man hier an seiner stelle definitiv einkalkulieren natürlich kann er oben doppelt top machen und will um kippen und dann hier hat dann hat er hier oben so etwa die sport näher nicht ganz da unten war ein bisschen deutlicher aus könnte hier oben locker und fehlausbruch in kombination mit dem doppelt top probieren ja aber ich würde wenn er ausbricht den wirklich ich würde eher versuchen mitzugehen als dass ich mich dagegen stellen würde er dass das möchte ich noch ganz deutlich herausstellen weil das eben so eine punkte sind wo die leute in der regel dahingehend dann instinktiv die falschen entscheidungen trifft ja und wenn wir an einem ausbruch sind und der markt nimmt dynamik auf bringt volumen rein bringt druck rein kann das wirklich sein dass der hier echt ein paar punkte läuft und dann wäre es ja schade wenn man das alles im minus aussitzt und dann nichts von hat ja und deswegen auf sowas achten das würde nach oben raus natürlich luft geben ansonsten unten wie gesagt die 650 bisschen im auge behalten ich über das nicht pauschal unter 650 short gehen aber ja ein bisschen ein bisschen aufmerksamer sollte man schon sein aber wie gesagt das kann also dann unter den tageskatze drunter das kann dann schon 50 anläuten wenn die 55 75 hier fällt da reden wir über 450 wenn der hier unten steht dann reden wir über das geld bei 2 10 und dann wird es tag für tag immer tiefer und tiefer und dann wäre es genauso blöd wenn der hier schwach reinkommt und der unterbietet das tief und man haut dann euphorisch lang rein weil der martin gesagt hat hier oben kommt ein dynamischer ausbruch würde ich nicht machen würde ich nur machen wenn er wirklich die stärke zeigt und eben jetzt auch weiter über das 700 raus drückt ja dann setzt er die bestätigung in die bewegung hinein dann ein gut ja das eigentlich alles das alles was ich euch mitgeben kann macht zu wünsche euch viel erfolg uns gelingen bis morgen tschüss ja 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 Vielen Dank.